Mein Name ist Fatlum Zaskoku, Spieler von Westfalia Herne. Sonntag fahren wir nach Holzwickede. Da zeigen wir nochmal alle Zweifel zu beseitigen. Wer aufsteigen wird oder wer ein Aufsteiger ist. Wir wollen natürlich hinfahren und drei Punkte mitnehmen, wie wir schon so oft in der Meisterschaft bisher getan haben. Sonntag machen wir uns ein weiteres Mal und ich glaube, dann sorgen wir für ganz klare Verhältnisse. Bis zum nächsten Mal.